Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair Cut to cute Was hält nicht auf? Vielleicht schießt du auch gegen den Vorsprung Nein, doch nicht WHAAAT? Nein! Ah, dann kann nix Okay, nächster Trial Warum blöd glitzert das so? Weil ich die gehackt hab Bleib liegen Spring Nein Quase Oh, was? Richtig, richtig krass Das macht halt gar keinen Schaden Du bist ne Wurst Was? Nee, ich kann gar nix Meinen, ich soll doch mal mich so genanig Du bist ein dummer Spass, Alter Knau 54 Schaden, ey Mh 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 P1 Mh Mh Meines Deutschlehrer ist einfach Hannover Fan Nice Mh Nummer Witz Ja, Ich erklär's nicht Wer kommt denn niemals an? Der kommt auch nicht an, das hab ich auch schon mal legt. WOLFAS! Er könnte ankommen. Ja, war geplant, das mit dem Wasser. Alles um! Wieso bin ich so krass verzögert? Meine weißt du, Arne macht den größten Stress und ist einfach der Letzte, der in der Lobby ist. Ja Junge, was krieg ich denn dafür, wenn du spielst so lange lebt? Spiele doch schon mal starten, bevor ich dich einlade! Ich hab so tot, dass du es. Ja, dann trink was! Wieso bist du eigentlich schon wieder so richtig auf 180 an hier? Das ist echt von mir selbst! Wie man einfach mit der Schwaste ist! Jetzt kann man wieder so ein Noob-Place sein. Oooooooooh! Das war aber knapp! Was ist das denn, Arne? Nicht mal ansatzweise! Ich mach mal ansatzweise! Du bist genau so Nubig in Borms wie in Hearthstone, oder? Was ist los? Junge, so schlecht war das Karne? Doch! Nein! Voll die Ressourcenverschwendung! Ressourcen sind unentdeckte Rohstoffe! Wat?! Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Ressourcen und Reserven! Nein! Doch! Nein! Doch! Fuck! Ich glaub du weißt das genau umgekehrt! Das Reserven umgenutzt in den Ressourcen, das und was du hast! Das haben wir gerade in Herbkunde! Das ist mir scheißegal, Arne! Ich mein definitiv Ressourcen! Ich hab gesagt, du hast Ressourcen verschwendet! Äh... Nein, das ist aber in der Einsicht falsch! Nein! Doch! Bei Ressourcen... No! War gut, Arne! Alter! Anstatt das einfach safe, den Links nehmen, der killst aber nein! Ich bin auch nicht! Ich mach wieder irgendeine Scheiße, Alter! Ressourcen können nach der heutigen Technik nicht wirtschaftlich abgebaut werden! Alter! Was ist der Unterschied zwischen Reserven und Ressourcen? Reserven sind vorkommen, die nach dem heutigen Stand der Technik wirtschaftlich abbaubar sind! Ja, willst du denn irgendwie eine Lenkrakete abbauen oder was? Willst du mich verarschen? Ja, aber du brauchst ja für die Lenkrakete irgendeinen Rohstoff! Bist du eigentlich gelähmt? Nein! Diskussion mit Nilscheire! Bist du eigentlich gelähmt? Wieso? Das macht doch vollkommen Sinn! Nein, das macht keine Stücksinn, was du da sagst! Null! Na klar! Für eine Lenkrakete, um eine Lenkrakete zu bauen, brauchst du meinetwegen eine Fahne! Hör aufzureden, bitte! Hör auf! Hör auf! Ich hab gar nicht zugehört! Nur wenn du falsch liegst und wichst da! Worum geht's denn überhaupt? Ich hab gar nicht zugehört! Ich hab gesagt, Arne... Ich hab gesagt, Arne hat seine Ressourcen verschwenden, indem er mit der Lenkrakete auf dich gegangen ist und scheiß gebaut hat! Ressourcenverschwendung! Und jetzt mein Arne, das wär falsch und laut mich irgendwas voll zu verbrauchen, um eine Lenkrakete zu bauen! Nein, du brauchst Ressourcen, um eine Lenkrakete zu bauen! Ja, richtig! Ja, aber wenn du Ressourcen abbaust, wird's zu Reserven! Oh, das ist dein Maul! Ja, aber du willst doch keine Lenkrakete abbauen, das ist ein Ding! Das hast du schon! Ja, also es ist eine Reserve! Nein! Doch! Äh, besser als Kino, Alter! Arne, bohr dich zu der Kiste durch mit dem Dingens! Ja, stimmt! Oh, I could be all that you need! Oh, nicht, ey! Komm! Jawoll! Ey! Ich wusste, dass das auch passiert! Ich hab nur gedacht, Alter, ich schwöre, dass Wasser spielt die Kiste mit und dann Arne, Alter! Das ist genau das, was... Kisten mit durch Wasser beeinflusst! Ja, sicher, Alter! Oh, Alter! Oh, Mann! Geil! Das hast du gemacht, dass ich das gesagt hab, ey! Guck! Reserven sind vollkommen, die nach dem heutigen Land der technischen Bestieger sind im Vortrag! Ja, Moment, letzter Satz, ja! Bei Ressourcen hingegen handelt es sich um Vorkommen, die zwar nachweislich vorhanden sind, aber gegenwärtig noch nicht wirtschaftlich gefördert werden können! Ja, aber das ist auch ein völlig anderer Aspekt, als was wir hier reden! Nein! Wir reden ja nicht über irgendwelche Mineralstoffe, oh mein Gott, ich hab den ja dran, ich mach ja überhaupt nichts! Ja, aber um so ne Lenkrakete bauen zu können, brauchst du mir ne Reichtum. Ja, aber so genau meinte ich das nicht, Alter. Ich hab verstanden, was du jetzt meintest. Ja, jeder hat zu verstanden, aber Arne ist einfach fetter Spaß. Meine eine hab ich nicht mal kennengelernt. Gut, Arne. Nein! 12 Sekunden später. Ich glaube, Arne. Ich muss erstmal ne Runde rumfliegen, ey. Ich glaube, ich will dahin, wo du bist. Oh. Oh, das wird wegs. Nein! Scheiss. Oh, ich bin klar. Wie incompetent seid ihr, Arne? Ach, komm, Alter. Ich will nur, dass du an und ausfliegst. Mann, ey, sei doch... Oh, Mann. Nein! Ey, Nils, ich wiederhole doch mal deine Worte da. Instant Karma. Das hat Arne gesagt, ne? Nein, Nils hat gesagt, wie inkompetent seid ihr eigentlich. Das kann nicht sein, Alter. Der stört nicht mehr, der Bomb. Jetzt bin ich zuerst raus wegen so der Scheiße. Ey, Arne, hast du auch schon mal gesagt? Schatz, ich gehe übrigens Mittwoch ins Kino. Und hat sie dann geantwortet, wer ist Woch? Alter. Was hat sie geantwortet? Wer ist Woch? Wer ist Woch? Ja. Ja. Verstehe ich nicht. Das war so klar. Stimmt nicht. Hä? Wer ist Woch? Ja. Wie wird das geschrieben? W-O-C-H. Wie wird das geschrieben? Woch? Ja. Ja! Woch? Was heißt denn Woch? Ich gehe mit Woch ins Kino. Wer ist Woch? Hä? W-O-C-H. 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 Dumm wie Stroh, der Typ. W-W-Wer ist Woch? Ja. Ich habe ja gar nichts von Woch gesagt. Hä? Wieso? Ne. Ey. Der spielt da, so kann kein Mensch sein. W-Wann? W-Wann? Der spielt echt so Nils, ne? Alter, ne. Alter, ich hasse sowas. Ich kapiere gleich vor lassen, Alter. Schreib mir mal bitte. Ich wette, da ist irgendwas mit irgendwelchen Zahlen, Zeichen. Äh. Junge. Ich gehe Mittwoch ins Kino. Wer ist Woch? Ach. Ich gehe Mittwoch. Ja. Nein, Mittwoch. Ja, siehste. Hä? Ja, wie siehste? Du bist einfach dumm wie Scheiße. Ja, hätte sie mir das geschrieben, hätte ich gesehen, dass... Ah, das hat mir das auch nicht geschrieben und ich hab's verstanden. Ja, bei Alex hab ich's halt akustisch nicht verstanden. Alex Small. Da hab ich's doch dreimal erzählt und du hast's nicht verstanden. Der war auch akustisch. Bei dem Vera-Fack auf YouTube, der kommt... Äh. Der... 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 Der Topcommit war einfach... So viel Shitstorm kostet bei Vera in Wind. Seit dem... Acht... Ja. Hahaha. Einfach so eine Brain-Ausfall. Ey, das war die J-Shit-Könke halt. Oh, ja, 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 ja. So... Oh, wieso jetzt machst du das so hügelig da? Oh! Feuer! Feuer! Haha! Ja! Nein! Mann! Da ist, Alter! Mann, ihr verbündelt euch jemanden. Halt's wollen, Arne. Du gehst die ganze Zeit nur auf mich und Nils ist mehr Züge auf mich gegangen als auf dich. Guck mal, ihr habt jetzt beide 13 rum. Ist doch nur fair. War Alex ein Eck da irgendwo. Arne hat auch einen Bohnen? Ja, der unten rechts. War das gut so. Mit Schildern. Ich kann keine Eins... Ich kann nichts machen. Ja, du bist ja auch nicht dran. Oh. Mann, Arne! Das ist so witzig. Mann, das wollte ich gerade. Arne, was war da wieder erst seit draußen? Hm? Hahaha. Wieso konntest du nichts auswählen, Arne? Was war denn da falsch? Ich glaub dein Spiel ist ein bisschen kaputt. Ja, Mann. Werken, du bist ja auch leer? Wieso war das? Je war das ja auch leer. Machine.